Wer mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Listenfreak bin und es gibt da für 2020 noch die 20 für 2020 Challenge, die ich total außen vor gelassen habe. Und wenn euch interessiert, welche Bücher ich 2020 noch von dieser Liste lesen müsste, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr wisst, ich liebe Challenges und ich liebe Listen und ich bin ein totaler Listenfreak und was auf einer Liste steht, muss irgendwie gelesen werden. Deswegen mache ich mir persönlich auch immer ein bisschen viel Druck, was die Rache des Subs betrifft, weil eine Liste ist eine Liste und die muss abgearbeitet werden. Da führt kein Weg dran vorbei, sonst ist sie irgendwie sinnfrei. Zumindest in meinem Kopf. Ja, und jetzt habe ich Anfang des Jahres die 20 für 2020 Challenge angefangen oder in Planung gehabt und war aber dann so verzettelt mit der Rache des Subs, dass ich da überhaupt nicht drauf geachtet habe und mir nur noch gedacht habe, Jammertal, ich muss unbedingt mal gucken, was denn hier mit dieser Liste überhaupt los ist. Ich habe auch eigentlich vor, 2021 wieder eine Liste 21 für 21 zu machen, ganz einfach. So, wir gucken mal. Ich mache mal hier so ein bisschen Platz, weil ich arbeite hier mit Einblendungen und legen wir mal los. Von Harlan Coben, kein Sterbenswort. Ja, habe ich noch ungelesen im Regal, weiß ich ganz genau. Das habe ich auch nicht aussortiert oder sonstiges. Das möchte ich auch eigentlich noch lesen. Schaffe ich das dieses Jahr? Vermutlich nicht, bin ich ganz ehrlich. Werde ich mir dann aber gleich auf die Want-to-Read-Liste für Januar setzen. Und dann, die Elementare von Michael McDowell habe ich aussortiert, habe ich verkauft, habe ich angelesen. War überhaupt nicht mein Fall. Das war ein Pulp Legends Buch von Festa. Hat mich nicht interessiert. Dann, von Leslie Parrish. Vom Tod berührt und dem Tod versprochen. Ich blende sie euch hier ein. Die habe ich beide noch nicht gelesen. Das ist eigentlich so eine Reihe, wo es darum geht, die Kriminalität im Internet zu bekämpfen. Es geht so um Online-Kriminalfälle. Und ich habe vor bestimmt 10, 11, 12 Jahren den ersten Mann von dieser Reihe gelesen, geliebt und gefeiert. Und habe mir dann Jahre später, also eigentlich erst so vor ein oder zwei Jahren, die gebraucht, irgendwo organisiert oder ertauscht. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe sie halt einfach immer noch nicht gelesen. Dann, von S.J. Watson. Tu es, tu es nicht. Das habe ich gelesen und das ist auch schon wieder ausgezogen, beziehungsweise habe ich es gehört. Von der gleichen Autorin oder vom Autoren, ich weiß gerade nicht, habe ich auch Ich darf nicht schlafen gelesen und das habe ich geliebt. Und bei Tu es, tu es nicht. Da war mir die Protagonistin irgendwie zu unspektakulär, unrealistisch, nervig und ich fand auch das Ende dann unrund. Also das war mir für das, was ich das ganze Buch überbekommen habe mit ihren blöden Handlungen, war mir das einfach zu offen. Also ich habe nichts gegen ein bisschen Nachdenken am Ende, aber das hätte ich einfach gerne abgeschlossen und war für mich so ein Durchschnittsbuch. Dann, von Ursula Poznansky, Ilanus. Das könnte ich eigentlich im Dezember einfach mal noch lesen, weil das ist ein Jugendbuch und ich weiß viele, also inzwischen höre ich immer öfter mal eine negative Meinung über ihre Jugendbücher. Ich liebe aber die Jugendbücher von Ursula Poznansky und ich habe jetzt von ihr noch ungelesen Ilanus eben und Kryptos heißt, glaube ich, das ganz Neue. Und beide liegen natürlich hier auf dem Sub und das würde ich schon echt eigentlich gerne noch ganz fix lesen. Ja, so verhält es sich auch mit dem nächsten Buch von Patricia McDonald, ein Akt der Grausamkeit. Ja, interessiert mich eigentlich auch total. Kann ich euch jetzt auf Anhieb nicht mal sagen, worum es geht. Es ist ein Thriller, der mir irgendwann mal wegen der Annika hier eingezogen ist. Und ich glaube, es ist eine Rache-Geschichte oder könnte eine Rache-Geschichte sein. Es ist auf jeden Fall ein Psycho-Thriller, auf den ich mich richtig doll freue und ja, ist eine Subleiche. Mit den Subleichen werden wir uns im Dezember auch noch beschäftigen, versprochen. Und ja, muss gelesen werden. Dann, am Ende aller Zeiten von Adrian J. Walker habe ich als Hörbuch gehört und das hat mir unfassbar gut gefallen. Das war so gut, weil hier eine Apokalypse bereits stattgefunden hat und es einfach darum geht, nicht um den totalen, also es ist überhaupt nicht so stereotypisch. Normalerweise hat man ja so ein Baukastenprinzip, Apokalypse ist da und wir haben irgendeinen Held und der rettet dann die ganze Welt und so weiter und so fort. Familie ist dankbar und hier geht es um viel mehr. Also, ja, ist schwierig, das jetzt so zu sagen, aber wenn bei uns eine Apokalypse stattfinden würde, wäre, glaube ich, so das das realistischste Szenario, weil es einfach hier darum geht, dass der Held eben nicht der Superheld ist und dass er vor der Apokalypse Probleme mit seiner Frau und Familie hatte und die halt jetzt immer noch hat, nur weil jetzt halt gerade die Welt untergeht, ist jetzt nicht die Ehe plötzlich super toll oder die Beziehung zu den Kindern. Und es geht ja eben so um solche typischen Alltagsprobleme, die man in einer Beziehung eben haben kann, nur eben in einem anderen Szenario. Fand ich richtig gut. Dann, es geschah in dunkler Nacht von Jane Schemelt. Spricht man das so aus? Keine Ahnung. Das ist ein Buch, das habe ich mir direkt von der Annika damals genommen. Die hat mal so ein Wanderpaket veranstaltet. Ja, und da hat mich das angesprochen und ja, was ist passiert? Ich habe es natürlich immer noch nicht gelesen. Ich glaube, hier geht es um eine, auf jeden Fall um ein verschwundenes Kind. Und ich glaube, das ist in Afrika verschwunden bei so einer Missionarsarbeit oder so. Ich habe keine Ahnung. Klingt eigentlich auch echt richtig gut. Und auch das nächste, die Party von Elizabeth Day, ist aus dem gleichen Paket von damals, habe ich auch immer noch nicht gelesen. Interessiert mich aber auch wahnsinnig, weil hier geht es, glaube ich, um eine Freundschaft. Aber jetzt nicht hier um Mann und Frau, sondern es geht um eine Männerfreundschaft. Und ich glaube, der eine mag den anderen mehr oder nimmt die Freundschaft wichtiger als der andere. Und ich glaube, das könnte ein bisschen Psychos sein. Dann, Still Broken von April Dawson, habe ich gelesen, mochte ich jetzt nicht so gern. Ich weiß noch, das habe ich gelesen im Februar, kurz, nein, Ende Januar. Das war nämlich, als meine Kleine geboren worden ist. Ich musste in die Klinik zum Einleiten, das weiß ich noch. Und das hat mir irgendwie, ich fand das irgendwie so, ich fand es lahm. Ich fand es wirklich lahm. Kann ich einfach nur sagen. Ich könnte euch jetzt nicht mal mehr sagen, worum es geht. Dann von Jalen, Wait For You, habe ich gelesen, habe ich gefeiert. Und ich habe auch den zweiten Band aus der Reihe schon gelesen. Ich glaube, es gibt sieben Bänder aus der Reihe. Und im Prinzip sind es einfach auch nur Jugendgeschichten oder, ja, nee, nicht Jugendgeschichten, Liebesgeschichten. Und ich finde, dass Jalen, das ist, glaube ich, Jennifer L. Armantrout, die kann einfach unfassbar toll schreiben, finde ich. Und mir haben Band 1 und 2 richtig gut gefallen. Und eigentlich möchte ich ganz bald mit der Reihe weitermachen. Jeder Fall, wollte ich jetzt schon sagen. Jedes Buch oder jede Geschichte ist hier in sich abgeschlossen. Und steht für sich. Aber, ja, es geht um den gleichen Freundeskreis. Genau. In dem ersten Band geht es um ein Paar. Und im zweiten Band geht es dann, glaube ich, um den besten Freund. Nee, um die Schwester und einen gemeinsamen Freund. Ja, irgendwie so. Genau. Und es geht eben auch um ernstere Dinge. Das mag ich auch. Also die Protagonisten scheinen erwachsen zu sein. Dann von Anne Freitag. Den Mund voll ungesagter Dinge. Habe ich gelesen, habe ich geliebt, habe ich gefeiert. Anne Freitag ist so für mich so ein Garant für ein tolles Buch einfach. Für eine Geschichte mit viel Herz, mit viel Verstand, mit viel zwischen den Zeilen. Sie schreibt ja immer Jugendgeschichten. Es war jetzt kein Heulbuch an sich, aber es war ein sehr wichtiges Buch, finde ich. Es geht um eine Coming-of... Nee, es geht um eine Coming-out-Geschichte. So rum. Und, ja, hat mir einfach durch und durch wieder gut gefallen. Ich muss noch von ihr lesen. Das Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Habe ich mir noch nicht gekauft. Und das Neue. Irgendwas mit... Das Gegenteil von Hasen. Genau. Die zwei Bücher möchte ich eigentlich auch noch unbedingt lesen. Aber ich muss echt erstmal hier... Platz auf meinem Sub schaffen, weil es geht so nicht mehr weiter. Dann von Kate Morton, die verlorenen Spuren. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich habe es abgebrochen. Ich könnte es aber auch noch hier stehen haben. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Nein, ich habe es noch hier hinter mir stehen. Ich habe es weder abgebrochen noch gelesen. Ja, ich weiß, es geht wahrscheinlich um eine Geschichte über mehrere Zeitepochen. Ich habe keine Ahnung. Muss ich noch lesen. Dann von Alison Noel Evermore. Die Unsterblichen. Habe ich angelesen. Habe ich abgebrochen, weil ich gemerkt habe. Ist auch mittlerweile schon ausgezogen. Weil ich gemerkt habe, dass ich mittlerweile einfach wirklich zu alt dafür bin. Es tut mir leid. Ich glaube, es ist eine ganz gute Jugendgeschichte, die so ein bisschen an die Twilight-Serie erinnert. Und wenn ich das damals gelesen hätte, als ich so auf diesem Zug aufgesprochen, also als ich gerade in diesem Hype drin war, hätte es mir bestimmt gefallen. Aber jetzt so momentan, nee. Dann von Abby Glintz. Rush of Love, da wollte ich die Reihe gar fertig lesen. Begehrt, befreit, unvergessen. Nee. Da habe ich gar nicht weiter gelesen. Und das sind eigentlich kurzweilige Geschichten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob mir die jetzt gefallen. Ich glaube, das sind eigentlich eher so Kurzgeschichten, nee, nicht Kurzgeschichten, relativ kurze Bücher, die sich relativ schnell lesen lassen, wenn man über nichts nachdenken will. Wenn man sich einfach mal so zurücklehnen will und einfach mal entspannen will. Nichts Ernstes und aber auch nichts, ja, keine Ahnung. Halt eine erotische Liebesgeschichte, die jetzt nicht besonders tiefsinnig ist. Aber ich habe die echt immer gern gelesen. Dann von Markus Zusack, der Joker. Habe ich gelesen, geliebt und gefeiert. Das ist so eine Geschichte, die ganz anders ist als alles, was ich bisher las. Von dem Protagonisten her und auch vom Verlauf her. Da geht es um einen, um jemanden, der eine Tankstelle überfällt. Und der in seinem Leben ist ziemlich, ja, ich würde nicht sagen armwillig, aber traurig. Er hat so das Gefühl, dass er nichts geschafft hat. Und er schafft auch irgendwie nichts. Und er ist in der Bank, während die Bank gerade überfallen wird. So rum war das genau. Und er legt sich dann schon mit diesem Räuber an. Und dann ist er eigentlich auch ziemlich frech. Also das hat nichts mit Mut zu tun, sondern einfach, er ist unverschämt. Und dadurch wird er aber dann geschnappt. Und das nimmt dann alles so seinen Lauf. Und ihm werden Spielkarten zugespielt, hinter denen eine Aufgabe steckt. Und die soll er halt lösen. Und dadurch gerät er halt auch mal ins Nachdenken, dass sein Leben vielleicht mal so ein bisschen anders weitergehen müsste. Dann, von Vanessa Sangue habe ich Called Princess und Fire Queen gelesen. Das ist auch, das sind auch so erotische Liebesgeschichten. Die sollen so ein bisschen Dike Romance darstellen. Waren sie jetzt nicht ganz. Also ich fand den ersten Band relativ schwach. Habe den drei Sterne gegeben. Zweieinhalb, drei. Und den zweiten Band habe ich dann aber vier Sterne gegeben. Der war für mich besser. Und hier geht es eben so um so eine Mafioso, ja, sie ist halt Cosa Nostra und ist halt Chef der Mafia. Und die Mafia, die besteht aber aus zwei Lager und die sind verfeindet. Und der Spion vom Feind ist dann ihr neuer Leibwächter und Geliebter. Sie weiß natürlich nicht, dass er der Feind ist, aber das ist so der Love Interest und der Konflikt. Ja, hat mir aber ganz gut gefallen, hat mich unterhalten. Dann Die Hatz habe ich auch gelesen. Da bin ich durchgeflogen durch die Geschichte. Das ist so ein Thriller, der geht rasant und das ist einfach so eine Verfolgungsjagd. Also wenn man gerne Thriller liest, wenn man gerne Spannendes liest, ohne großartig überrascht werden zu müssen, sondern einfach auch zur richtig guten Unterhaltung, dann wird man mit Die Hatz auch richtig gut bedient. Dann von Sarah Cox. Mr. Q habe ich noch nicht gelesen, weil ich glaube, dass es da um, also das soll auch eine erotische Liebesgeschichte sein. Und da geht es aber um ganz schön viele, ich glaube, dass es da zu viel Erotik gibt und zu wenig Handlungen. Und ich glaube, es soll auch so in Richtung Diac Romance gehen. Deswegen habe ich es noch nicht gelesen, aber ich glaube, es ist eigentlich nicht schlecht. Deswegen wollte ich es noch nicht ausziehen lassen. Und genauso verhält es sich mit Audrey Carlin Trinity. Das ist eine fünfteilige Reihe. Ich habe Band 1 bis 3 hier. Und sie hat mich damals mit Calendar Girl unfassbar unterhalten. Aber das war, Calendar Girl war so eins der ersten, also es ist nicht so ernst zu nehmen. Es ist wirklich pure Unterhaltung. Und das war damals so das Erste, was ich in dem Genre gelesen habe. Und da hat die mich eigentlich ganz gut begeistert. Ich denke aber, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Lust auf sowas habe. Aber irgendwie will ich es dann auch immer nicht ausziehen lassen. Deswegen stand es eigentlich auch hier auf 20 für 2020. Jo, und von Robert McCammon Swans Song 1 und Swans Song 2 habe ich auch immer noch nicht gelesen. Weil jedes Mal, wenn ich mir das in die Hand nehme, denke ich mir, boah, so ein Klopper. Es ist eine apokalyptische Geschichte, aber es hat unfassbar gute Bewertungen. Aber ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es so in die mystische Richtung geht. Und das möchte ich halt nicht. Und deswegen habe ich es dann wieder weggelegt und habe mir gedacht, es ist ein Klopper. Ja, legst es mal weg. Dann von Marie Forst die Green Mountain Reihe. Habe ich gelesen bis zum siebten Band, glaube ich. Und dann habe ich aufgehört. Die sind auch alle jetzt schon ausgezogen bis auf den ersten Band, weil der mich richtig gut unterhalten hat. Der Hintergrund ist der, dass der erste Band war so eine Einstimmung auf ein Setting, das mir richtig gut gefällt. Also wir haben die Familie Ebert und das ist halt eine sehr, sehr große Familie. Und in jedem Band verkuppeln die natürlich wieder jemanden anderen und so weiter und so fort. Und es geht in jedem Band um ein anderes Familienmitglied. Also nicht mal um ein anderes Geschwisterteil, sondern dann kommen auch noch die Cousinen und die Angeheirateten. Und ich habe keine Ahnung, was da alles noch kommt. Und es hat mir dann irgendwann gereicht, weil da waren dann Bände dabei. Da hast du überhaupt keine Handlung mehr, sondern da ist der Band richtig dünn. Und du bist so richtig gleich so mitten im Geschehen. Die haben schon lange eine Affäre. Und es geht einfach nur noch darum, wie outen sie sich der Familie gegenüber. Aber eigentlich ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also du hast wirklich nur noch Erotik, aber keine Handlung mehr. Also da kann ich mir auch eine Sitcom anschauen. Ich weiß nicht. Ach ja. Und dann habe ich noch von Sebastian Bergmann. Da wollte ich eigentlich auch die Reihe fertig haben. 2020 habe ich nicht ganz geschafft. Ich habe den ersten und den zweiten Band der Reihe gelesen. Und es gibt sechs Bände aus der Reihe inzwischen. Das Ding ist, diese Thriller, also dieser Sebastian Bergmann, diese Bücher von ihm, das sind solche Klopper und da muss ich mich immer überwinden, den zu lesen. Es sind Thriller, wo die Fälle schon grausam sind. Aber das Grausame in diesen Büchern finde ich jetzt gar nicht so im Vordergrund. Und was ich halt sehr, was für mich da im Vordergrund steht, ist vor allem die Geschichte von Bergmann selber. Er ist ein sehr unsympathischer Mensch und ein sehr unsympathischer Ermittler. Und er hat eine ganz, ganz harte Schale und er steht auch zu seiner harten Schale. Er steht auch dazu, dass er ein Arsch ist und dass er eigentlich nur Bock hat, das zu machen, was ihm Spaß macht. Ob das die Arbeit betrifft oder ob das Frauen betrifft. Und er wechselt auch seine Frauen wie andere ihre Unterwäsche. Aber er kann auch ein weiches Herz haben. Es ist sehr tief vergraben, aber er hat eins. Auf jeden Fall möchte ich unbedingt wissen, wie es mit ihm weitergeht. Und ja, das ist 2021 auf jeden Fall mein Ziel. So, jetzt zeige ich euch nochmal in einem Stapel, was ich noch von der 20 für 2020 Challenge zu lesen hätte. So, ich habe mal die Bücher hier alle rausgesucht, die ich theoretisch noch lesen müsste. Und die verlinke ich euch auch in die Infobox. Ich werde da demnächst wirklich mal ein Triad Chapter machen, um da einfach mal so meinen Sub in Angriff zu nehmen. Also ich habe hier dem Tod versprochen, ich habe schon stellvertretend nur einen Band immer von den Reihen hier rausgesucht. Dann von Abby Glintz begehrt. Das wäre jetzt hier so der nächste Band, mit dem es weitergehen würde. Weil ich denke nämlich, wenn ich dann einmal in der Reihe drin bin und dann wäre das mal wieder so eine Sache, dann lese ich dir dann eh so ziemlich alle hintereinander weg. Dann, ein Akt der Grausamkeit von Patricia McDonalds. Und da geht es darum, dass die Tochter wegen Mordes angeklagt wird und Hannah und Adam mit der kleinen Sydney nach Philadelphia flieht, um sich ein neues Leben aufzubauen. Das klingt auch so spannend. Ich liebe meinen Sub. Dann hier. Es geschah in dunkler Nacht. Es geht tatsächlich um ein verschwundenes Kind. Dann, die Party von Elizabeth Day. Dann, Trinity von Audrey Carlin. Hier geht es darum, dass Jillian, genau, die kommt aus einer sehr gewalttätigen Beziehung und hat es endlich geschafft, sich von ihrem Ex-Freund zu befreien und hat so eine Organisation gegründet, um anderen Frauen halt zu helfen. Und dieses Ausgangssetting, das hat mir halt so gut gefallen, dass ich das halt echt unbedingt lesen will. Dann von Harlen Coben. Kein Sterbenswort, weil mir der hier empfohlen wurde. Das ist auch ein Einzelband. Und ja, ich liebe halt seine Bücher eigentlich. Oder er konnte mich zumindest oft begeistern. Also mittlerweile gibt es auch einige langweiligere Bücher. Ja. Dann, zu Kate Morton habe ich einfach noch nicht gegriffen, weil das so ein fettes Buch ist. Es ist so dick. Es ist echt richtig dick. Naja, was heißt richtig dick? Über 600 Seiten halt. Und England, Green Agris Farm 1961. Während einer Familienfeier am Flussufer beobachtet die junge Laurel, wie ein Fremder das Grundstück betritt und ihre Mutter aufsucht. Kurz darauf ist der idyllische Frieden des Ortes je zerstört. Erst 50 Jahre später gesteht sich Laurel beim Anblick eines alten Fotos ein, dass sie damals Zeugin eines Verbrechens wurde. Und ach, ich mag halt sowas eigentlich. Ja. Dann Elanus von Ursula Putznansky. Da ist glaube ich, sie hat ja immer so ein aktuelles Thema in ihren Jugendbüchern verarbeitet. Und hier geht es um ein Forschungsprojekt. Und das Thema ist glaube ich Drohne. Und er, Jonah, findet versehentlich etwas. Dann, ja. Von Robert McKinnon Swanson. Die sind übrigens beide so dick. Das ist ja eine Delogie. Die sind echt beide so dick. Über 500 Seiten beide. Das ist halt mal wieder ein Klopper. Ich möchte das echt eigentlich gelesen haben. Ein Buchkaufverbot bringt mir, bringt nur bei mir immer nichts. Und von Sarah Cox, Mr. Q, ein erotischer Roman. Und auch das ist eigentlich ein Buch. Ich möchte es nicht aussortieren lassen. Und ja, eigentlich möchte ich zumindest mal reingelesen haben. Und es dann lesen. Es ist echt ein Kreuz mit dem Sob. Ich möchte sie wirklich alle lesen. Warum habe ich denn so viele Interessen? Und warum... Ach, ja. Genau. Also. Das war jetzt auf jeden Fall meine Challenge. 20 für 2020. Ich werde mir diese Bücher separat auf eine Liste schreiben. Dann habe ich wieder eine Liste. Und mal gucken, was 2021 bringt. Aber es gibt auch immer so gute Neuerscheinungen. Und als Mama hat man halt immer weniger Zeit zu lesen. Es ist furchtbar. Es ist ein Kreislauf. Wie ist denn das bei euch mit Subleichen? Bleiben die für immer da liegen? Stört euch das, wenn ihr viele Bücher auf dem Sub habt? Schreibt mir das unbedingt mal in den Kommentaren, wie ihr euch mit solchen Sachen verhaltet. Und wie ihr euren Sub denn überhaupt abbaut. Oder seid ihr viel, viel, viel artiger wie ich und kauft einfach nichts? Ja. Das wäre nämlich meine Maßnahme. Dann würde ich mir nämlich mal ein Dreivierteljahr richtig viel Kohle sparen. Und dann hätte ich dafür keinen Sub mehr. Oder einen kleinen. Egal. Es ist ein elendiges, ewiges Thema. Und ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.